In diesem Video erklären wir dir, wie man ein Wort schreibt. Das ist das Wort lesen. Lesen Die erste Silbe heißt le. Sie beginnt mit einem l. Le. Der Vokal, den du hörst, ist ein e. Lesen Die zweite Silbe heißt sen. Sie beginnt mit einem s. Sen Die Endung mit dem Vokal, die du hinten hörst, ist n. E. N. Toll, dass du zugehört und mitgemacht hast. Und bis zum nächsten Mal.